Ich fand es total klasse, dass in einer Woche so viel Stoff vermittelt wurde. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass da wirklich richtig Input drin war. Und es hat auch Spaß gemacht. Also das war wirklich ein tolles Angebot. Mein Name ist Tina Stich, ich bin 44 Jahre alt und arbeite hier in Hameln im schönen Modehaus Wellner und habe mich bei der TA für den Kurs Teamleitung IHKL schien. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, auch hier in Hameln. Und dann bin ich nach Lüneburg gegangen, habe dort Wirtschaftsrecht studiert. Ja, und danach bin ich direkt quasi auch hier schon im Modehaus Wellner gelandet, seit 18 Jahren und habe jetzt die Aufgabe als Head of Teamleitung. Also ich habe mich für die TA entschieden, weil letztendlich eine gute Freundin auch von mir dort arbeitet. Die hatten mir ganz viel erzählt und für mich war klar, ich brauche da nochmal einen Lehrgang, weil wir hier unsere Strukturen verändert haben. Wir haben drei neue Teamleiter und als Head of Teamleitung ist es quasi meine Aufgabe, da auch ganz viel weiterzugeben. Und das war inhaltlich genau das, was ich brauche. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Teamleitung IHK zu machen. Für mich ist wichtig, wenn ich ein Seminar besuche, dass es auf jeden Fall auch locker ist und Spaß macht und dass es mir die Inhalte bringt, die ich dann auch wirklich im Alltag quasi einbauen kann. Eine der großen Inhalte war, was ist überhaupt ein Team, wie stellt sich so ein Team zusammen, wie führe ich ein Team, wie gehe ich vielleicht mit Konfliktsituationen um. Aber auch das Thema Kommunikation war ein sehr großer Block. Und zum Schluss kam das Thema Coaching auch noch mit rein. Schön fand ich aber auch, dass es locker war, dass wir uns unter den Studierenden ausgetauscht haben und dass es einfach auch Spaß gemacht hat. Das war für mich auch ein wichtiger Faktor. Den Service fand ich super. Begeistert hat mich, dass wir am ersten Tag auch ein tolles Buch gekriegt hatten, so als Startup-Paket. Das fand ich richtig klasse. Ich fand aber auch die Mensa super und fand das Essen sensationell. Und klasse fand ich auch, dass die Räumlichkeiten wirklich schön und modern waren. Die Stimmung im Kurs war gut. Am Anfang war es noch etwas verhalten. Letztendlich wurde es aber von Tag zu Tag lockerer und wir haben dann letztendlich auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und da kommunizieren wir heute noch miteinander und tauschen uns raus. Ich nehme aus dem Kurs mit, dass man die Mitarbeiter dort einsetzt, wo sie ihre Stärken haben und dass sie Aufgaben tun, die für sie sinnhaft sind, weil das ist total motivierend für sie. Wer Lust hat, mit Menschen zu arbeiten und Spaß daran hat und von den Besten lernen will, die TA hat das nämlich super gemacht, der ist da wirklich super aufgehoben. Vielen Dank.